Der große Finaltag. Heute geht's um die Wurst. Letzter Tag, großes Finale in der kleinen Braterei. Die Grundvoraussetzung, die stimmt. Aber ob das reicht? Denn eins wissen die beiden noch nicht, dass ich gestern mit der Generalprobe nicht zufrieden war. Doch dabei soll es nicht bleiben. Hey, großes Finale! Wie geht's euch? Gut! Hören wir eben ganz kurz zu, ja? Ja. Eigentlich habe ich gestern den Zuschauern erklärt, wenn die Generalprobe nicht läuft, und euch habe ich es auch gesagt, dann klipple ich alles wieder ab und dann gehen wir nach Hause. Natürlich werde ich das nicht tun, aber trotzdem muss ich euch sagen, dass das gestern scheiße war. Alles sowas von unkoordiniert. Warum? Deine Nervosität. So sehr er es auch möchte, Stefan findet in Prüfungssituationen nicht die nötige Gelassenheit. Ausstrahlung ist das Allerwichtigste. Man kann ja auch sagen, hallo, ich habe sie alle gesehen und wir werden das jetzt so schnell wie möglich hinkriegen. Einer nach dem anderen. Und dann fühlen die Leute sich auch abgeholt. Du hast recht, ich war wieder zu hektisch, zu nervös. Das macht ja auch keinen guten Eindruck den Gast oder den Kunden gegenüber, wenn da ein hibbelischer Gastgeber ist. Ich habe gestern nicht daran geglaubt, dass ihr mit der Leistung von gestern heute auch noch Burger hinbekommt. Von daher werdet ihr die Burger ganz heiß, ganz schnell anbraten, Ofen, 70 Grad und dort warm halten. Und wenn dann ein Burger geht, dann brauchst du den nur rausholen. Zwei Minuten rechts, zwei Minuten links, klatsch, bang. Fertig. Perfekt, machen wir so. Also wir werden damit, wir werden das umsetzen, auf jeden Fall. Da habe ich gar keine Zweifel. Dann kann es ja losgehen. Die Test-Tester kommen in 25 Minuten. Das heißt, Fritteuse, Stand-by. Gut. Und die Soßen sind hier? Ja. Was ist mit Getränken? Getränke haben wir keine eigentlich? Keine, wir haben keine Getränke. Nein, wir haben keine Getränke. Wieso hast du keine Getränke? Eine bedauerliche Wiederholung. Kommes mit Mayonnaise und einem Mineralwasser. Wir haben kein Wasser. Wie kann der kein Wasser haben? Das fand ich sehr, sehr merkwürdig. Zack, in den Supermarkt frische Getränke kaufen. Aber ratzfatz muss ich das machen. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt. Der Sternekoch ist schlichtweg fassungslos. Was würdet ihr jetzt machen an eurer Stelle? Wir haben ein Finale. Vor lauter Vorbereitung und konzentrieren auf das eine und andere habe ich überhaupt nicht mehr an die Getränke gedacht. Null, null, null. Keine Getränke. Übel. Ciao. Oh Mann, ey. Jeder Mitarbeiter hat doch Regeln, die er von A bis Z abarbeitet. Ja. Es ist doch logisch, dass man das mit einer Strategie und mit einem Schema macht, oder nicht? So weit habe ich jetzt meine Aufregung auch nicht dran gedacht. Was denn für eine Aufregung? Da kommen gleich 20 Currywürstchen und 10 Hamburger. Das ist doch keine Aufregung. Da schiebe ich mir den ganzen Wagen in den Hintern und mache das nur nebenbei. Wie kann das denn sein? Stell dir mal vor, ich hätte es jetzt nicht gefragt. Dann hätte man blöd auf die Wäsche geschaut. Ich könnte ausrasten. Ausrasten könnte ich. Wir haben Finale. Alles ist vorbereitet. Jeder hat seinen Job gemacht. Nur, wer hat seinen Job nicht gemacht? Die beiden. Wie ordnet Stefan das erneute Versäumnis ein? Frank hatte ja jeden Tag harte Worte. Er hatte immer recht. Er hat auch heute wieder recht. Die Kritik ist gerechtfertigt. Ich habe den Eindruck, dass die beiden das heute nicht packen werden. Yvonne bleibt motiviert. Ich denke, wir sind gut in der Zeit. Gut, knapp. Ein bisschen jetzt durch die Getränkeaktion natürlich auch. Wenn es heute in die Hose geht. Dann wegen mir wohl sehr wahrscheinlich wieder. Mal schauen. Der auffällige Wagen lockt die ersten Gäste an. Ah, klar. Könntest du gerade wusste haben? Wir haben heute leider noch nicht geöffnet. Wir sind in der Vorbereitungsphase. Ab Samstag gerne. Klar. Dann lade ich auch einen Burger ein. Cool. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Wir fallen jetzt endlich auf. Das ist das Erste, was passiert gerade. Und dann passiert das Unvermeidliche. Die geladenen Testesser rücken an. In der Hoffnung, dass der Rheinfall sich nicht wiederholt. Weiß der neue Imbisswagen zu begeistern? Das letzte Mal, als wir hier waren, das war alles so trist und grau. Und überhaupt nicht einladend. Gar nicht einladend. Jetzt muss man sagen, schon von unten sieht man, toll, da ist was Besonderes. Und dann ganz klar akzentuiert, Burger mit hausgemachter Soße, Currywurst mit hausgemachter Soße. Wenn jetzt das Essen dementsprechend schmeckt, kann man nur sagen, alles richtig gemacht. So, einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie alle da sind. Ja. Was darf ich Ihnen denn anbieten? Ein Hamburger. Ja. Ein Patty raus. Natürlich bitte hausgemachten Soße. Und, weil ich richtig Hunger habe, auch eine Currywurst. Vielleicht ein Getränk dazu, wäre an dieser Stelle die Top-Antwort gewesen. Woher weiß ich denn, was es zu trinken gibt? Wir haben es noch nicht dran geschrieben. Aber ich kann es Ihnen gerne sagen. Wir haben Cola, Fanta mit zum Mix und Wasser. Ich danke ganz normales Wasser. Jawohl. Danke. Die erste Bestellung ist raus. Kann die Kundin das Wasser-Debakel vom letzten Mal nun zu den Akten legen? Es gibt Wasser. Das gab es vorher nicht. Und gekühlt, was ich super finde bei den Temperaturen. Stefan versucht, alles im Blick zu behalten und gibt Vollgas. Oh, das ist auch ganz schön. Der Burger kommt. Zwei Burger hast du auf dem Schirm? Ja. Hallo. Bitteschön, hallo. Horchen wir doch mal, wie die erste Currywurst des Tages so mundet. Mh, lecker das. Es ist auch lecker. Die Wurst ist gut. Mit der Soße herrlich. Auch das Würstchen dazu passt sehr gut. Finde ich auch. Genug eine Kombination. Die Wurst hat Freundinnen gefunden. Wie schaut es mit den Burgern aus? Die Burger haben wir jetzt in Auftrag? Viere, Fünfe? Ja, Fünfe. Gut. Kannst du da reintun, glaube ich, gleich? Bitteschön. Ich hätte auch gerne einen Burger, aber den hatte ich schon bestellt. Oha. Der ist dann wohl untergegangen. Röhrchen dazu auch? Sehr gerne. Dem Sternekoch entgeht derweil nichts. Und der Burger? Ich nehme da schon mal einen mit. Ja. Da fehlen jetzt fünf Burger oder vier oder was. Der wird nicht durch auch hier am Rand. Bitteschön. Ich hätte gerne Bratkurry, Pommes, Rot-Weiß. Bratkurry, Pommes, Rot-Weiß. Jetzt nur die Nerven behalten Stefan. Also ich konnte mich noch nicht mal konzentrieren, irgendwie mal korrekt mit den Gästen rüber zu kommen. Oder es kam mir auch vielleicht nur so wieder vor. Die Anspannung in der kleinen Braterei spitzt sich mehr und mehr zu, obwohl es gar nicht schlecht läuft. Die Logistik stimmt hier überhaupt gar nicht. Hier geht es. Das ist absolute Katastrophe. Von einer Katastrophe kann man bei den Pommes nicht sprechen. Die Pommes beim ersten Testessen, habe ich hochgehoben, da haben die sich durchgebogen, haben voll Fett getriebt und dann habe ich es halt in den Mülleimer gegeben. Dir schmeckt's? Also hat es gute Arbeit geleistet. Sehr ansprechend gemacht. Lecker. Yvonne und Stefan folgen dem Sternekochtipp und lassen die Burgerpatties im Ofen garen. Und so gehen ohne lange Wartezeiten die Fleischsprötchen über die Theke. Burger. Die Testesserinnen lassen sich die Burger schmecken. Gibt's eine Verbesserung? Der Burger war schon vorgebraten, also hat nicht mehr so lange gebraucht. Damals war der ja noch ganz roh draufgelegt worden und daher geht's halt schnell. Große Veränderungen. Toi, toi, toi und viel Erfolg für die Zukunft. So ihr Lieben, jetzt könnt ihr bewerten und zwar Speisenangebot, Geschmack, Preis-Leistungs-Verhältnis, Ambiente und Service. Maximal sind zehn Punkte zu vergeben, null, wenn es euch überhaupt nicht gefällt. Was hat Stefan für ein Bauchgefühl? Das war wieder einmal ein großes Durcheinander. Stefan sieht nur die Schattenseiten. Noch nicht eingespielt genug. Ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt. Wir hoffen, wir haben gepunktet mit dem Geschmack. Nun liegt alles in der Hand der Testesser. Nach der Punktevergabe verlassen diese den Ort des Geschehens. Die Auswertung steht an. Das war eine harte Zeit. Ja. Wir haben uns kennengelernt, ich habe eure Familie kennengelernt. Wirklich zuckersüß und das hat mich sehr stolz gemacht, dass ihr mich so nah an euch herangelassen habt. Das war aber auch wichtig, euch kennenzulernen, weil ich einfach wissen musste, warum seid ihr in der Situation, in der ihr seid. Und ich habe herausgefunden, dass ihr kurz davor seid, alles zu verlieren. Und ich möchte das nicht. Unser Team möchte das auch nicht. Ihr habt gesehen, wie man arbeitet, wie man strukturiert im Team arbeitet, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, was es bedeutet, Menschlichkeit und Leistung abzurufen. Und bei euch fehlt es an Ordnung, an Plan, an dies und an das und das. Und dann müsst ihr härter daran arbeiten. Denn es muss auch ohne Frank Rosin weitergehen. Er hat recht mit den harten Worten. Doch lief es wirklich so schlecht, wie das Ehepaar denkt. Aber jetzt lasst uns erst mal zu den harten Fakten kommen. Wie lautet das Urteil der Testesser? Beim ersten Testessen habt ihr von möglichen 50 Punkten 21 Punkte bekommen. Beim heutigen Testessen habt ihr von möglichen 50 Punkten 45 Punkte bekommen. Ein unglaubliches Ergebnis. Neben einer vollen Punktzahl fürs Ambiente räumen Preis, Leistung und Geschmack je neun Zähler ab. Ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich das auch nicht mitgerechnet. Absolut nicht. Nee, da sind wir jetzt echt froh. Und endlich fällt die immense Anspannung ab. Entschuldigung. Ich habe geweint, weil ich erleichtert war, dass durch meine schlechte Leistung trotzdem 45 Punkte war. Also das ist eine wirklich starke Leistung. Und ich werde euch auch diese Karte jetzt hier schenken, damit ihr euch immer daran festhaltet, was das habe ich noch nie gemacht. Das ist ein Relikt, was ich normalerweise vernichte. Ich schenke es euch. Dankeschön. Ja, wir haben sonst eine auch. Ja. Also ich bin auch jetzt sprachlos, dass wir doch so gut abgeschnitten hatten. Wir dachten, wir wären echt durchgepowert nach unten. Bei mir seid ihr durchgepowert. Ja. Sag ich ganz ehrlich. Ich sage euch, dass das so nicht funktioniert. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass das, wie ihr arbeitet, wie du arbeitest, immer noch diese Nervosität, diese Hektik, das ist für mich schwierig zu glauben, dass du es schaffst. Die Testtester sagen, du schaffst es. Soll ich dir was sagen? Das gönne ich dir. Raus aus Hartz IV. Auf jeden Fall. Und Kindern eine gute Zukunft geben. Morgens eine Stunde eher, abends eine Stunde länger. Ja, ja. Jeden Tag Vollgas. Auf jeden Fall. Tschüss, meine Liebe. Herzlichen Dank. Alles Gute. Mein Lieber. Danke. Alles Gute. Ciao. Ciao. Der Sternekoch geht mit gemischten Gefühlen. Das war ein schwieriger Fall. Schwierige Tage. Ich glaube, sie müssen noch ganz, ganz, ganz viel machen, dass sie da landen, wo sie hinwollen. Nämlich raus aus Hartz IV. Kinder, gut aufgestellt und eine sorgenfreie Zukunft. Rosins Restaurants gibt es seit 13 Jahren und wir gehen in die 16. Staffel. Seit 13 Jahren helfen wir Restaurants und versuchen orientierungslosen Menschen aus der Gastronomie einen neuen Weg zu schaffen. Alles wird teurer. Es gibt kein Personal mehr. Und ich weiß, dass viele von euch nicht mehr wissen, wie soll es weitergehen. Habt ihr diese Probleme oder kennt ihr jemanden, der genau um diese Dinge kämpft? Dann meldet euch bei kabel1.de slash bewerben. Ich möchte gerne helfen.